95% der Menschen leben und sterben, ohne jemals zu realisieren, was ihr einzigartiges Genie ist. Die Menschen wissen nicht, was sie tun sollen, weil wir das Grundlegendste nicht geregelt haben. Du musst nur deine Kompetenz steigern. Wo immer du bist, wirst du wissen, wie du handeln musst. Du wirst zum Bestmöglichen deine Intelligenz und deine Fähigkeiten funktionieren. Eines der Dinge, die jemand, den wir tatsächlich erst vor ein paar Wochen getroffen haben, den Dekan der Harvard Business School zu mir gesagt hat, wir haben über Führung gesprochen, und er teilte seine Philosophieüberführung als Dekan einer bedeutenden Wirtschaftsschule und er sagte in etwa, für mich geht es um Wissen, Handeln, Sein, ein echtes Wissen und Expertise zu haben, um zu führen, dementsprechend zu handeln und dann jeden Tag so zu leben. Und eine Sache, die, wie ich denke, das erstaunlichste an seit Gurus Reise gewesen ist, sind die Handlungen, die er unternommen hat. Ihr habt einige der Programme da oben gesehen, aber vielleicht kannst du einige der Dinge beschreiben, die du in der Welt am Laufen hast, denn es geht nicht nur darum, zu kommen und zu reden und sich zu treffen und zu philosophieren. Es geht eigentlich darum, zu handeln. Also, vielleicht kannst du uns ein paar Dinge erzählen, die du auf der ganzen Welt am Laufen hast und wo du die Ressourcen dafür herbekommst. Wenn wir Sein sagen, sprechen wir über die fundamentale Natur unserer Existenz. Die Qualität unserer Existenz wird die Qualität unserer Wahrnehmung bestimmen. Und die Qualität unserer Wahrnehmung wird die Qualität dessen bestimmen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Handlung ist eine Konsequenz davon. Wenn man es auf den Kopf stellt, dann ist es, wie zu sagen, Frucht, Baum, Wurzel, Erde. So funktioniert es nicht. Boden, Wurzel, Baum und dann die Frucht. Wenn du es auf den Kopf stellst, magst du etwas gewaltsam herausziehen. Aber der Schaden ist da. Heute, ich, ich, ich arbeite mit einer ganzen Menge von Wirtschaftsführern in der Welt, sowohl in Indien als auch außerhalb. Ich möchte das nicht verallgemeinern, aber ich würde sagen, zumindest 60 bis 70 Prozent von Ihnen, bis sie 45 geworden sind, sind sie ernsthaft geschädigt, in vielerlei Hinsicht. Entweder sind sie emotional erdrückt wegen ihrer, einer bestimmten Art von Tätigkeit, oder viele von ihnen leiden unter verschiedenen Arten von körperlichen Beschwerden, was im Grunde ihrer Meinung nach eine natürliche Konsequenz der Art von Arbeit ist, die sie tun, weil sie Dinge gewaltsam tun. Wenn du die natürliche Ordnung der Dinge nicht verstehst, wie das Leben erblüht, wenn du die Frucht zuerst willst, vor dem Baum, dann muss man natürlich mit Gewalt vorgehen. Wenn du Dinge gewaltsam tust, wird vielleicht eine Sache erreicht, aber der Rest ist beschädigt. Die meisten wohlhabenden Gesellschaften in der Welt, überall, nicht nur hier, machen das durch. Sie sind wohlhabend geworden, aber die Idee, die fundamentale Idee, Wohlstand anzustreben, sei es im individuellen Leben oder in einer Gesellschaft oder in einer Nation, ist, dass es uns eine Auswahl gibt, im Wesentlichen an Ernährung und Lebensstil. Das ist der Grund, warum Menschen nach Wohlstand streben, sodass es uns eine riesige Auswahl an Ernährung und Lebensstil gibt. Nun, wenn du dir das Leben der Menschen anschaust, ist diese Auswahl nichts, das sie genießen. Diese Auswahl macht sie lediglich verrückt. Die Menschen wissen nicht, was sie essen sollen. Die Menschen wissen nicht, was sie tun sollen, weil wir das Fundamentalste nicht geregelt haben. Wir wollen auf der Rennstrecke sein, aber wir wollen keine Maschine dafür bauen. Wir wollen nur gewinnen. Niemand gewinnt ein Rennen, weil er es sich wünscht. Wer wünscht sich nicht den Sieg? Jeder tut es. Aber nur die Kompetenz gewinnt am Ende. Ob es also an einer Schule ist oder an einer Hochschule oder in einer beruflichen Atmosphäre, anstatt unsere Kompetenzen zu steigern, steigern wir unser Verlangen, was wir als Ehrgeiz oder Zielorientiertheit oder was auch immer bezeichnen. Du steigerst dein Verlangen, ohne deine Kompetenz zu steigern. Oder du magst deine Kompetenz steigern, aber sie kommt hinter dem Verlangen. Nein, du musst nur deine Kompetenz steigern. Was du tun kannst, mag über dein Verlangen hinausgehen. Oder es mag etwas weniger sein als das. Wir wissen es nicht. Aber ohne deine Kompetenz zu steigern, versuchst du, dein Verlangen zu steigern, was unnötigen Stress verursacht, wenn du dich gut machst. Schau dir den Schmerz dessen an. Du leidest unter deinem Wohlbefinden. Das kann nicht entschuldigt werden. Denn unser Wohlbefinden kommt mit großem Verlust und Schmerz für alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Und wir leiden darunter. Einfach, weil wir den Wagen vor das Pferd spannen. Also, du kannst das Sein nicht ans Ende stellen. Wissen, tun, wissen und sein. Nein, nein. Sein zuerst, wie zu sein. Wenn du nicht weißt, wie du sein sollst, egal wo wir dich hinbringen, wirst du leiden. Wenn du weißt, wie du sein sollst, ob du hier in San Francisco arbeitest oder auf dem Mars arbeiten musst, es ist egal. Wo immer du bist, du wirst wissen, was zu tun ist. Was wirst du tun? Du wirst zum Bestmöglichen deine Intelligenz und deine Fähigkeiten funktionieren. Und das ist alles, was du tun kannst. Wenn wir in unserem Leben nicht tun, was wir nicht tun können, ist das kein Problem. Aber wenn wir nicht tun, was wir tun können, sind wir ein desaströses Leben. Das ist alles, was wir versuchen zu vermeiden. Dass wir nicht so enden, dass wir nicht fähig sind, zu tun, was wir tun können. Aber sobald du diesen unnötigen, völlig vermeidbaren Stress erzeugst, dass dein Verlangen größer ist als deine Kompetenz. Ohne die Kompetenz zu steigern, anstatt alles zu fokussieren und die Kompetenz zu steigern, steigern wir das Verlangen. Jetzt schaffst du eine Situation, in der es Stress gibt. Stress bedeutet, du bewegst dich Richtung Inkompetenz, nicht Richtung Kompetenz. Jede Maschine auf diesem Planeten wird am besten funktionieren, wenn es kein Gefühl der Reibung gibt. Die geringste Reibung bedeutet, diese Maschine ist die ineffizienteste Maschine. Warum ist das nicht wahr für den menschlichen Mechanismus? Wenn dies mit der geringsten Reibung funktioniert, wird es am besten funktionieren. Werde ich so gut sein wie du? Vielleicht nicht. Aber ich werde auf meinem Höhepunkt sein, und das ist alles. Und jeder Mensch ist mit einem gewissen Genie ausgestattet. Aber ich würde sagen, aufgrund der Art der Schulbildung, die wir uns zu eigen gemacht haben in der ganzen Welt, nicht an irgendeinem Ort, und der Art, wie wir an das Leben herangehen, ich würde sagen, 95% der Menschen leben und sterben, ohne je zu erkennen, was ihr einzigartiges Genie ist. Nur 2 bis 5% der Menschen erkennen das Genie, zu dem sie fähig sind. Die anderen werden alle etwas tun, das jemand anderes tut. Sie wollen das tun. Sie wollen das besser machen als sie. Das ist ihre Vorstellung von Wohlbefinden. Deswegen ist eine gewaltige Menge menschlichen Genies einfach verloren. Und das ist das größte Verbrechen auf dem Planeten, dass menschliches Genie erdrückt wird, weil jeder versucht, in einem Korb zu sein und über allen anderen zu sein. Dies ist eine sehr rudimentäre Art, in der Welt zu funktionieren. Leider ist das zur Norm geworden, überall. Wir versuchen, etwas zu tun, aber in kleinem Rahmen. Die groß angelegten Schulungen und Ausbildungen und Beruf suchen sind alle so. Wir alle wollten in einen Korb kommen und auf der Spitze des Haufens sein. Das ist eine grausame Art zu leben. Wenn du auch dorthin kommst, wirst du leiden. Wenn du nicht dorthin kommst, wirst du auch leiden. Das ist eine grausame Art zu leben. Das ist eine grausame Art zu leben. Musik und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020